Die heißblütige Sängerin Maite aus der Talentschmiede von Symbol alias Prince. Und hier ist Thomas Körschwitz. Es war einmal ein kleiner Musiker aus Minneapolis, der wurde von seinen Untertanen einfach nur Prince genannt. Er lebte in seinem purpurroten Königreich, wurde abgöttisch geliebt und hatte unzählige Verehrerinnen. Doch dann begab es sich, dass eine schwarzhaarige Schönheit namens Maite das Herz des Prinzen für sich eroberte. Bald schon sollen nun die Hochzeitsglocken läuten. Ein Märchen oder doch die Wahrheit? Das verrät sie uns gleich. Hier ist zunächst ihre Debüt-Single, so sieht sie aus, die neue CD, If I Love You Tonight. Begrüßen Sie mit mir Maite! Begrüßen Sie mit mir Maite! Begrüßen Sie mit mir Maite! Begrüß Sie mit dir unterEPt! Begrüßen Sie mit mir Maite! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, sie ist aber schon süß, oder? Ja, ja, ich verstehe den Jungen.